Herzlich Willkommen zurück, Leute! Call of Duty Blackout. Natürlich kein Punkt zu Corinna und Alex wieder mit dabei. Hallo, ich hab jetzt mal das Spiel überlegt bis zum Ende. Wieso, was machst du denn? Ich bin die ganze Zeit ja ehrlich, ich bin jetzt am gestürzt und bin sofort gestorben, so immer. So, jetzt will ich mal... Ja okay, dann reiß dich jetzt mal zusammen, zieh deinen Anzug fest. Ja. Ja, schnall dich an. Erste Runde, ich hab immer gerne gewonnen, ja. Ja okay, aber du musst auch beweisen so ein bisschen. Ja, das erzählt ja jeder gerade. Es ging dann wirklich weg ab. Ich hab von 100 Leuten in einer Runde gehört, dass die alle die erste Runde gewonnen haben. Da landet, ja ja. Hier im Wald ist aber was, geht ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob das reicht oder so, aber ein bisschen stuff ist hier. Weiß was du meinst? Ja, es war wahrscheinlich nix großartiges, aber vielleicht finden wir irgendwas. Ja, es sind viele Häuser. Du nennst das Häuser, Alter, es ist ne Hütte oder... Ah, ihr seid woanders, gut, gut, gut. Dann komm ich zu euch. Achso. Naja, das ist nämlich nix groß. Ja ja, bei mir sind's Hütten, bei euch sind's dann echt Häuser. Ja. So, guck mal, hallo. Okay, ich komm jetzt zu euch, ich hab noch nix. Häuser ohne Waffen, Alter. Oh, es wäre geil, wenn man einen Berg runtersliden könnte. Also, dass du dann länger slidest. Wir haben ja nix gefunden. Wir haben ja nix gefunden. Wir müssen jetzt Glück haben. Das große Haus habt ihr wahrscheinlich schon durch, ne? Ja, ich bin durch. Ich hab auch nichts, sehr gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Lass mal auf der Map gucken, was wir noch so sehen. Hier, ähm, paar Meter weiter Nord-Ost. Oh, jetzt kommst du noch. Lol. Das ist das Elektro-Geräusch davon. So. Ja, das einzige was mir echt, ne? Wenn ich mir jetzt dieses Headbogging, dieses krasse. Ja, gut, wenn du rennst, ich bist in der Taume. Ich finde, wenn du in die Mitte guckst, merkst du's nicht. Wenn du an den Rand guckst, merkt man schon. Das ist irgendwie schwer zu erklären. Ich glaube, ich hab aber auch schon so viel COD an sich gespielt, dass ich mich da eigentlich... Finde ich das nicht so wild. Bei BB2 war es aber nicht so krass gefühlt, oder? Da konnten die sich auch noch nicht bewegen, damals. Ach. Ja, gut. Damals, da war das... Genau, das war noch nicht angesagt, damals. So mit dem Head zu bomben. Wer kommt da beim Fenster rein? Was soll das? Alexander? Braubach? Kann man hier aufs Dach sch... Bisschen geschissen, oder weh? Ja. Ach, das Garagentor auf. So, wohin jetzt? Okay, weiter, ne? Einfach mal? Oh, da hinten ist wieder... Oh, wir sind halt genau mittig in der Zone. Ah, Fick. Oh, Stamm. Und wir haben keine Waffen. Okay, ja, ich hab zwei... Ich hab SMGs, aber keine Muni sozusagen. Deswegen... Nochmal schnell ein Haus finden. Oh! Wieso gibt's eigentlich... Wieso ist das nicht eingeblüht, dass in NumPet immer Autolaufen ist, in jedem Spiel? Wie ist das denn? Leider nicht in jedem. Ja, leider nicht. Zu wenig. Das ist ja in dem Spiel nicht. Nee, aber bei Fortnite, bei WoW... Bei Fortnite war es ja... Gäste, glaube ich. Da kam das ja später erst. Äh... Okay. Weggesnackt! Äh... Was war denn? Ich hab keine Ahnung. Ne Granate, glaube ich. T1-Beste, obwohl... Ich hatte keinen... Ja, hier... Ne Sniper, aber was denn für eine? Äh, weiß ich nicht. Irgendwas liegt da auf... Kann ich die Sniper haben? Kann ich... Kann ich... Ja, hier ist... Hier, bei mir liegt ne... MX9. Das ist ein Starlow, okay. Äh, hab ich auch... Warte. Ne, ne, ich hatte eine gedroppt. Ich hatte auch eine gedroppt. Er hat eine. Achso, okay. Die MX9 finde ich nice. Äh, die... Ja? Die finde ich gut, ja. Ja, ja, klar. Ja, das ist... Die ist... Das ist Titan, okay. Gut, ich seh... Die ist halt starkes... Mg auf... Ja. Muss halt wenig nachladen. Das hat immer... So, ich bin voll auf Nahkampf. Die... Die Epics... Noch ne C1? Ja, ja, ist so ne Art... Äh, was? Glock? Äh, ne... Ne Weste bei mir noch. Also, hat die jetzt schon jeder? Sonst würde ich sie nehmen. Ne, ne Pistel hab ich keine, aber... Ich pick auch grad keine. Gibt's Helm eigentlich nicht? Ne Rüstung ist... Allgemeine Rüstung. Das lustige ist ja auch das Perk, was man aussehen kann. Ähm... Da noch zu der Fire Station. Wo war die Weste? Ah, hier. Da, bei mir, bei mir. Oder zu dem... Ich nenn's Fire Station. Sieht aus wie das DayZ-Haus. So. Toll. Ist halt in Miniatur. Ist halt in Miniatur. Ja, ja. Habt ihr alles auf Low oder High jetzt? Äh... Mischung. Also, ziemlich Low ist... Ja, ist schon vieles so auf Mittel und Low und High... Ist wirklich gemischt, ne? Ich hab keine 100 FPS. Ne Rampart. Also, was ich euch so raten kann, wär ne Spitfire. Äh... Ah, die hab ich auch gerade. Spitfire find ich ziemlich gut. Ich hab da ne Miene. Hier liegt noch ne ABR? Oder sowas? Ne ABR klingt auch gut. Entschuldigung. Ähm... Ich glaub, da wechsel ich mal. Hier liegt noch ne Weste. Oh, auf die ABR kann ich aber meinen Scope nicht drauf haben, weil die ein eigenes hat. Hier liegt noch ne gute Waffe, die Warps... Wax... Äh... Äh... Wie viel ist das jetzt? Äh... 75? Jaja... Mehr, jaja... Mehr als genug. Alles gut. Dankeschön. Ich wollte, ob ich 75 droppe oder behalte die Anzeige. Äh... Ab jetzt... Schauen wir mal. Äh... War auch noch ne Einsachschule. Wollen wir weiter reinlaufen? Da sind noch mehr Häuser. Ja, wir gucken uns um. Ja, ich hab drei kleine Medikits nur, leider. Medikit ist super, das ist ein 50er. Okay, Bandage dann. Bandagen. Ich hab noch keinen Rucksack. Ja, auch nicht. Keine Packgesel. Wieso hab ich... Bei mir steht Medikits... Nein, das ist richtig. Da stand gerade, dass es mehr Munition macht. Das wäre ja lustig gewesen. Boah, ich mag... Also, ich bin echt begeistert von der Optik an sich. Weil viele haben sich ja über die Grafik... Ja, viele haben sich über die Grafik beschwert. Sie ist nicht geil. Aber es passt so gut zusammen. Ja. Also, es passt einfach. 3er Scope, oder? Muss auch nicht geil sein, ne? Das könnte ich noch brauchen. Ne, da kannst du nehmen, 3er Scope liegt. Hier liegt noch ne Titan. Äh... Ich brauch für die... Ich brauch Munition, brauch ich. Für die MX9 zum Beispiel. Ja, du musst sagen, welche Muni das ist. 45er Kaliber. 45er droppe ich, ähm... Wenn du weißt, wo ich bin. Ja, ich droppe. Du weißt, wo ich bin? Ja, ich komm zu dir. Ich lenke es auf die Straße und siehst es besser. Ja, ich bin mit... Wo... Äh... Im Inventar. Also, Tab oben links ist die Muni immer. Und da kannst du entweder split mit mittlerer oder alles droppen mit rechter. Achso, okay. Also einfach... Pfeil drüber... Achso, ja. Oder was? Hattest du noch was da? Das war nur so ein kleines Haus, dachte ich. Aber man kann nur die Hälfte geben, man kann nicht auswählen. Doch, du kannst... Wenn du Split machst, kannst du auswählen. Da kommt... Ja, ich hab Damage gekriegt. Aber Fallschaden oder was? What the fuck? Wie weit seid ihr weit? Weg. Dieses Haus war ja noch voll, ne? Du... Du bist aber schnell hier. Wir sind echt nicht so lang gelaufen. Ja, die Zone ist auch noch hot. Ach, das Haus ist das. Das kennen wir ja auch. Hinterhaken hier oben. Ich weiß nicht, ob ich den einer mitnehmen will. Habt ihr Rucksäcke? Ja. Okay, hier oben sind Rucksäcke in dem Haus. Zwei Stück noch. Und ne... Ich würd... Ich glaub, ist das einfach mal ne gute Waffe. Äh, da kommt Nauno, das ist Alex, ne? Oben im Haus dann? Ja, in dem Raum, wo Alex und ich in der einen Runde drin saßen, wo wir so viele Gegner hatten. Oh, nicht beim Fahren aussteigen? Ja, du kriegst Schaden. Unten ran. Okay, jetzt wird noch gefeindet, Leute. Aber wir haben sogar eine Kaffeemaschine. Sie haben sogar an dich gedacht. Da muss ich mich sogar unnötig heilen. Moment, wir haben zwei Quads, ne? Ist ne Falldamage groß? Äh, Squads, oder? Ja, äh... Falldamage? Gibt's das? Ja, es gibt Fallschaden, ja. Aber ist... okay. Okay, wir können... Wir können uns aufteilen. Wir sind unten. Du kannst, glaube ich, nach vorne gucken und schießen. Genau. Warte, ich geh lieber unten. Äh... Äh... Y-Switch-Seats, FX-Hit. Tage! Mit G. Äh, warte... Boah, ich drück nicht mal wie. So, wo sind die Gegner? Boah, ist man schnell mit dem Ding. Also, allein so das Anfahren hat... Ich bin schnell, ne? Da unten. Ja, Vorsicht, ich will, äh... Boi! Boi! Ich hab uns. Jaja. Pfff... Ich bin krasser Fahrer. Boah, Alter. Wäre das mal voll gut. Wäre das mal voll gut. Wäre das immer tote Fahrer. Iieieiei. Äh, da alles unter Kontrolle. Mega gut. Oh Gott. Also, wirklich? Oh Gott. Wir sind doch echt gut runtergekommen. Wir sind doch echt gut runtergekommen. Wir sind doch echt gut runtergekommen. Man kann nicht umkippen, auf jeden Fall. Man kann nicht rechts von uns kippen. Na, das... War das wirklich ne Nade, oder war das so ein... Das war ne Nade. Hier steigen wir aus. Wir sind... F, gell? Ja. Auch da hab ich schon Schaden bekommen. Und zwar richtig gut. Äh, Erdrop? Bei der Geschwindigkeit. Ja, okay. Hab hier ein Step gehört? Oh Gott, was ist das denn hier für... Hier ist ein Vierer-Visier. Oh, das... Ich würde dich nehmen für den Sniper. Äh, ich würde dich nehmen für den Sniper. Okay, Zweier nicht. Aber es... Besser als nichts, oder? Ich glaube, es gibt ja keinen Vierer, oder? Dann nehm ich es mit. Okay, zusammenbleiben. Oh, ne Spitfire. Äh... Ich hab einen doofen Titan. Ich nehm alles. Dann nehm du die Spitfire. Die liegt hier. Äh, wo ist sie? Da beim Dalu-Cut. Beim Dalu-Cut. In dem Strim-Zug. Wer ist dieser Typ? Dalu-Cut. Ja, wer ist der? Pff, Michael. Der hat mir grad ne Spitfire geben, der Kerl. Spitfire ist nice. Die gut? Ja, die hab ich in... Ist die Nahkampf oder Fernkampf? Nahkampf auch. Also, das... Ich weiß noch nicht... Äh, doch, ich kenn eine gute Air. Das ist so ne Art AK. FN oder so irgendwas. Ja. Ich hab nämlich die Spitfire und jetzt diese MK. Also diese... MK müsste auch Midrange sein eigentlich. Mx9. Ja, wir sind immer noch hier so in den Häusern. Mx9 und Spitfire. Das ist, glaub ich... Doch, es gibt Viererscope. Hab gelogen. Schüsse. Ja, ich werd angeschossen. Auf mich, auf mich. Und jetzt kein Dalu-Cut. Da ist down. Einer. Noch einer. Hab auch einen. Ist tot. Ja, das war das, was... Das war genau das, was ich eigentlich vorher meinte. Mein Fehler. Wow, das geht so schnell, ey. Achtung. Einer lootet, andere checken. Wie konnte ich nochmal die Tooltips anzeigen lassen? Das wär immer ganz praktisch. Welche Waffe das grad ist, wär immer nicht schlecht. Nein. Ich hab nen Error. Ich hatte... Ja. Ich hatte auch nen Error. Kann ich den vielleicht zur Seite schieben? Ne. Das ist... Ja, das gab's auch. Das gab's. Okay, das heißt, wir warten bis Kulam down ist nochmal, oder? Ja. Wir nehmen hier Schießen. Äh. Eigentlich sollte ja. Keine Ahnung. Ihr müsst mal so ein klein bisschen hier checken. Sind das Steps oder was? Der hier hatte noch relativ viel Shit. Hier liegt halt nen Raketenwerfer drin. Ja, aber ich glaub, der lockt nur auf Dingens an, oder? Ne, die haben uns auch mal nen Raketenwerfer in so ne Höhle geballert. Hier liegt Raketenwerfer an zwei Schuss, aber das lohnt sich fast nicht, deswegen. Äh. Jo. Hallo, ich möchte hier raus. Wow. Wie, wie scroll ich durch die Enterhaken und sowas? Also die E? Wie scroll ich die durch? Äh. Auch im Menü auswählen, oder was? Einfach auswählen, oder was? Okay, okay. Yes. Schade, dass man im Menü nicht verschieben kann. Das hätt ich auch noch geil gefunden. Ich hätte... Also, dass ich die Perks anders sortieren kann. Die Waffen würde ich bei einander vertrieben. Ja, ich will, dass die Perks beieinander sind. Äh. Schüsse. Aber ich weiß... Also Richtung... Zone halt. Also wirklich Richtung Zone, so der schnellste Weg auch. Ja. Das ist doch rechts von uns. Ich hab ein Vierer gedroppt. Okay. Ich hab ein Vierer... Haben wir noch ein Zweier oder sowas? Also gibt's ein Zweier. Dreier kann ich droppen. Ja? Warte mal. Ne, das war der Fall. Hab ich gedroppt? Geil. Äh, rechts von uns. Ich seh sie. Äh... 33, 33, Pferd mit dem Squad. Seht ihr's? Vorne zwei Autos. 33, äh... Ich seh's leider noch nicht. Da hinten, da hinten. Die kommen auf uns zu. Ein Panzer da. Ein Panzer, ein großer Truppenfagen. Der ist explodiert, oder? Wir steigen bestimmt aus, oder? Und looten. Denk ich mir auch. Ja. 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 Hab... Oh, gedowned. Lol. Oh, sorry. Mein Fehler. Ja, ich bin reingerammt. Hab ihm den Header gegeben. Direkt tot. Hintermord durch. Die beiden sind tot. Die beiden sind tot. Das Team, was auf jeden Fall dahin gerannt, ist gestorben. Das war ein... Nix von uns wieder? Ja, ja, ja. Wollt ihr die looten, oder wollen wir weiter? Also ich brauch nix. Ich auch nicht. Ich bin... Ich hab nix auf Entfernung, aber ja. Ich auch nicht. Ich bin auch voll nah. Komm, komm. Du musst einfach ran. Ja, ich geb euch halt Backup. Kapuze ist grad noch am Looten. Ansonsten kann man sich halt immer gut hinlegen zum Looten. Das fällt mir zu schwer auf. Aber boah, war das ein geiler Schuss. Da hinten wird geschossen auf Westen. Okay. Jetzt hab ich ne Titan auf Entfernung. Oh wow. Okay, ja. Die Titan... Ah ne, nicht die Titan. Die Paladin ist die. Äh, ja. Ich seh da oben wen. Hab ihn getroffen. Äh... 285. 285. Ich kann den glaub ich nicht spotten, oder? So Q oder so. Ne, gibts nicht. Da ist ein großer Baum. Vor dem Haus. Ja, ich seh es. Die kämpfen hier gegeneinander. Zwei Teams. Ja, ich seh die Schüsse. Lieber links lang. Links lang. Ja. Okay, ich bin... Oh, einer wird weggesnipe. Ich komm euch hinterher. Ja. Ich mach meinen Perk an, dass, ähm, wenn... Ich hör Whispers, wenn einer auf mich zielt. Ich hab einen. Der ist direkt hoch. Ja, ich hab Perks. Ich hab Perks reingeballert. Okay. Ah, einer zielt auf uns. Ja, rechts oben irgendwo. Äh, 330. Ich seh sie. Dahinten stein, oder? Darf ich leider nix? Darf ich leider nix? Ja, ich versuch gleich nochmal. 330, oder was? Irgendwo, ja. Ich seh sie nicht. Ja, ich seh sie. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Da hinten. Ach, komm. Der ist low. Dein ist low. Ja, ich bin da. Hinter dem Baum da. Weiter rechts auch noch. Heil dich wieder. Immer heilen. Ja, ja, ja. Äh, wie leg ich mich hin? Scheiße, lass sie ran kommen. Oder so. Wir sind ja auch in der Zone. Wir sind ja auch in der Zone. Es sind mehrere Leute, die immer verteilt hinter einzelnen Bäumen stehen. Ja, ja. Shift war luftanhalten, ne? Ja. Ich hab ihn nochmal getroffen. Der eine ist low. Jetzt weiß er wo ich bin. Ja, jetzt schießt er auf mich gerade. Vielleicht hast du einen Zeitpunkt irgendwie. Ich stell grad mal was hin, dass keine Gadgets an uns rankommen. Ich versuch nicht. Ich find die so nicht. Ich find sie nicht. Es sind so viele. Du rückst sie auch gerade. Boah, ist das geil. Mit dem Ball. Es könnte sein, dass wir... Wir sollten irgendwie mehr Deckung finden. Nicht, dass wir uns grad umlaufen. Ja, ja. Es zielt zumindest grad keiner auf mich. Keiner ist im Scope. Das kann aber auch abgelaufen sein. Ne, ne, ne. Ich seh den Buff ja. Ich seh sie nicht mehr. Kurz looten. Ich nehm ein paar Buffs mit. Paranoia ist es, gell? Ja. Er ist abgehauen. Hier ist ein guter Buff drin. Den Zombie... Ich werd wieder beschossen. Ja, ich hab Whisper gehört. Ich muss wieder heilen. Ja, ja, ja. Ich heil wieder. Immer schön ballernd. Ja, ja. Ich mach das Player Perk an. Hier ist ein Scope drin, großes glaube ich. Ich würd... Ich hör Whisper, ich hör Whisper. Dann zielen sie auf dich. Ja, ja, ich weiß. Ich sag nur das. Ich hab das Whispern auch. Äh, rechts. Reiß dich am Stein. Ihr habt ja gesehen, wo ich ihn geschossen hab. Ah, ich seh den Stein. Nicht dahinten ist auch noch einer. Ich hab ihn getroffen. Ich bin jetzt gleich ganz weit rechts. Vielleicht haben sie es nicht mitbekommen. Ja, aber ich muss hier weg. Wir müssen hier weg kaputt. Die gehen voll auf uns. Es könnten vier gegen drei sein. Ja, wir laufen bei dir hinterher. Ja, ja. Okay. Mach ich, mach ich, mach ich. Oh, das Whispern ist geil. Wo steht, wann der Perk abläuft? Unten. Unten in der Mitte, ja. Ah geil. Lass du noch weiter hinter die Ridge, oder? Boah, es gibt keinen Weg nach unten. Die sehen uns doch bestimmt gerade, oder? Ist das ein ganzes Spot? Nee, ich hab keinen Whispern. Ich hab auch keinen Whispern gerade. Zumindest zählen sie nicht auf uns, ja. Okay, dann weiter umlaufen. Erstmal komplett würde ich die Himmelsrichtung wechseln fast. Ich hab auch keine Armung mehr, merk ich gerade. Ja, ohne Armung. Zack. Einfach alle Perks immer benutzen. Die findet man eh häufig. Ja, das ist auch ein guter Vorteil. Boah. Weiter, oder? Weiter umrennen. Wieder von links. Da, wo wir waren. Ja, ich hör auf das Whispern. Da, wo wir waren, am Haus. Genau am Haus vor mir. Das war ich gerade. Das... Ich hab's... Ah, ich werd beschossen, ich werd beschossen, ja. Naja, am Haus. Ich hab auch... Ich hab auch... Jetzt hab ich... Kein Minipack mehr. Ich lauf weiter weg. Weiter nach hinten. Er hat uns gespottet. Ja, hier ist ein Spottingzone. Weiter, weiter laufen, oder? Ja. Äh, ja. Ja, ich hör... Wispun, 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 Wispun. Hier, die Wolken also. Ich... Ich kassier. Von... Von... Vom Haus. Wie leg ich mich hin? Naaah! Zwei mal C. Zwei mal C. Nee, starb, oder starb. Oder C geht... Starb, 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 starb. Ich geh weiter nach hinten. Zone frisst mich. Ja, von den Quappers auch. Ich bin down. Von denen hinter uns. Alex, wo warst du? Ich hab Alex. Ja, bevor du dich geschossen hast, will ich wissen. Er ist down. Er wurde auch gefinisht. Jetzt wurde er gefinisht. Äh, C ist hinlegen? Nein. Steuerung ist hinlegen. Steuerung ist hinlegen. Steuerung ist hinlegen. C ist crouchen. Zone ist gegen uns, ne? Ja, wir müssen laufen. Wir müssen jetzt laufen. Ja, okay. Wenn wir nochmal ein Whisper-Ding haben. Sollten sie Whisper... Oh, ich will den Dude looten. Ich hab nämlich... Keine Ahnung mehr. Okay. Schüsse? Oder was war das? Nee, das war der Grappling-Hook. Nee. Okay, okay, okay. Schüsse? Nee, das ist wieder der Grappling-Hook. Das ist der Grappling-Hook. Weg, schnell weg. Wie weit schießt denn der? Das steht nirgendswo, ne? Nicht weit, aber so jetzt. Äh, ungefähr 10 Meter. Ja. Ja, man sieht... Wenn du eh gedrückt hältst, siehst du es, ob du triffst. Zone kommt. Schaffe ich nach hinten hinzukommen? Naja, sieht eigentlich gut aus, oder? Äh... Ah, der Grappling-Hook. Was war das? Ey, vor uns. Da, wo unsere Marker alle sind. Oben in dem Busch. Ist einer. Vor uns muss das dann sein, okay. Den leider nicht. Ja, äh, da... Sag, wo, wo, wo? Äh, 333, 333. Ja, 333 ist auch einer. Ja. Ehh, ich... Ich muss gut drauf drauf. Den hab ich. 333 war von mir aus ein anderer. Der ist nur down. Flashbang, Flashbang, 345 war gerade. Hab ihn gekillt? Ja, ja, ja. Auf der anderen Straßenseite irgendwo. Ja, am Stein. Am Stein, ja. Er hat mich. Dadurch schieß drauf, ich schieß auf dem Stein drauf. Okay, kannst du aufheben? Ich bin gerade in der Smoke. Ich bin gerade in der Smoke. Ich bin... Ich hab... Ich hab ihn, ich komm zurück. Äh, was bedeutet die Zahl? Welche Zahl? Ich glaub, wie lange... Nee, ich glaub, welcher Spieler du bist. Du bist Spieler 4. Capuz ist Spieler 2. Ah, stimmt. Ja, steht links. Ich muss mich lange heilen. Ja, ja, macht erst mal. Ich hab euch. Ich kann mich nicht heilen. Boah, Alter, ich bin mit dem Grappling-Hook reingegangen. Weißt du, so... Hast du ihn gekillt? Ja, ja. Wie ist nochmal große Heilung, Capuzo, bei mir? Warte mal, ich... Warte mal. Das war ich gerade, weil ich... Sorry. Ich muss sie nehmen. Ja, warte, lass mich den Luten hat der Heilung gehabt vielleicht. Bandage. Lass ich drin. Das... das reicht mir. Da liegt ein Helium abgestürzt. Oh. Zone kommt wieder. Puh. Liegt hier bestimmt irgendwo. Ballert eure Perks rein, wenn ihr was habt. Geht beim Laufen. Der muss irgendwo rumliegen. Im Haus unten, oder? Ja, ich seh ihn. Wo, wo, wo? Zack, 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 zack. Der hat sich nicht bewegt. Im Haus? Nee, vorm, vorm Baum. Das ist so aufregend, das Ding. Wie hast du im Chat weh, weh geschrieben gerade? Ja, weil ich ein Hinlegen nicht gefunden hab. Oh. Oh. Leute, wenn euch das Hündchen gefallen hat, lasst ein Like. Der Schreibt mir im Falle mal vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Wir brauchen Tablette jetzt. TAPEN 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 Untertitelung des ZDF, 2020